Dann mal... Hey, das ist eine Stadt. So sorry, ich konnte es vorher nicht telefonieren. Es ist so busy hier. Woher sind Sie, Leute? Jeder in der Stadt braucht, um zu Saltham zu kommen. Ich kenne Johnny in der Kirche und sehe, dass wir dir einen Rennen geben können. Er weiß, dass der Vater nicht mehr fahren kann. Okay, ich muss gehen. Okay, die Frage ist nur... Okay, ich muss scheinbar nach Südwesten. So wie das da oben zeigt des Quests. Aber das Zeichen hier ist ein bisschen klein. Das heißt, es dauert scheinbar noch ein bisschen, bis ich da bin. Yes. Erste Hilfe ist es. Schalldämpfer für Gewehre. Ich werde das Fahrrad nicht nehmen. Ich werde laufen. Kannst du Gift drauf nehmen. Ja, und ab nach Südwesten. Ich will eigentlich auch gar nicht sprinten, weil diese fucking Riesenroboter so sensibel sind. Wobei, wenn es regnet, können die vielleicht nicht so gut Sound wahrnehmen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es klug ist, auf der Straße zu laufen. Keine Ahnung, was das für ein Steinpimmel ist. Okay. Sieht aus wie ein Polizeiauto, was gegadet wird von Robotern. Will die eigentlich ungern fighten. Okay, ich würde jetzt einfach sagen, ich laufe westlich dran vorbei. Steintafel. Wait, da steht er drauf. Wie viel Meilen? Was soll mir das sagen? Und der eine Knecht da hinten sieht mich. Irgendwie Meilen bis irgendwo hin. Keine Ahnung. Es sieht so aus, als wäre ich meinem Ziel immer noch nicht näher. Oh mein Gott, das dauert... Oh, ich muss über das Wasser. Ich muss über die Brücke. Ich wette mit euch. Auf dieser Brücke werden definitiv Roboter sein. Genauso wie in diesem Haus. Maybe. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mörd. Mördness. Bisschen laut hier. Kann ich die Schaufel mitnehmen? Nein, aber da ist auf jeden Fall... Ein Viech, was mich scheinbar entdeckt hat. Ich will nicht wissen, was das schon wieder für ein Viech war, weil es scheint echt groß zu sein. Der hört legit jeden Schritt von mir. Ich darf ja echt keinen Ton machen. War das ein Großer, der hier rumgammelt? Nein, das ist ein Kleiner. Aber ich kann auch einfach an ihm vorbei. Ich muss hier nicht rumlaufen. Ich muss das nicht machen, wenn ich nicht will. Okay. Entspannt, Bauch. Bisschen. Bisschen. Was die definitiv bei diesem Spiel besser müssen... Bisschen. Oh Gott! Ist der Umgebungssound im Vergleich zu den Schüssen. Weil... Aua, Alter. Sind Schüsse anders laut im Gegensatz zum Rest. Es ist gut, dass ich glaube nicht, dass in irgendeinem Haus man mich einen Roboter anspringen würde oder so. Oh, die Kiste, die ist zwar in dir drin, aber irgendwie. Oh, wait. Wait, woher habe ich... Woher habe ich gerade das Jagdgewehr her? Äh, Ergänzungen kann ich hier den Aufsatz drauf machen. Nice. Dann geht es mal wieder nach unten und ab in den Westen. Wie komme ich hier raus? Wegen dem Wasser. Ich versuche einfach eine Kiste vorbeigelaufen zu laufen. Ich bezweifle, dass es Wasserroboter geben wird. Aber ich will nicht durchs Wasser schwimmen. Das sage ich euch so, wie es ist. Und da ist die Brücke. Kann ich schwimmen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und es sieht so aus, als müsste ich in die Stadt. Aber irgendwie ist hier keiner. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Brücke an. Und wenn da irgendjemand steht, dann gehen wir einfach übers Wasser. Wenn hier keiner ist, dann... Ein Visier. Gut, dass wir über diese Brücke laufen. Sieht aus, als könnten wir unserem Ding eine weitere Ergänzung geben. Vierfach Zoom. Eins bis vierfach Zoom. Naja, so ein bisschen verranzt, aber... I guess. Ist clean, ist clean. Und die Waffe sieht allgemein... Sieht allgemein die Waffen arschhässlich aus. Sie sind ja absolut verrostet für Ranz. Ja, die Waffe auch. Ja, aber... Ah, sie funktionieren. Und es wird Tag. Es gibt drei Waffen zu finden. Ach, nö, Digga. Was ist so das jetzt schon wieder für einer? Junge, er fährt einfach durch die... Er fliegt! Lol! Achso. Oh, wait. Und wenn ich das richtig sehe... Hat er ein paar Tröten auf seinem Kopf. Und wenn der irgendwie... Wen sieht, dann schlägt er, glaube ich, fett Alarm. Und ich werde komplett weggehuntet. Das heißt, ich muss, glaube ich, ganz mies vorsichtig hier... Vorgehen. Da soll ich hingehen. Diese Sounds in dem Game machen es echt nicht besser. Wer weiß, ob da irgendwo ein Roboter schlummert. Der mich dann wegnatzt. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Oh, ja. Geile Atmosphäre, oder? Geile Atmosphäre. Ja, ich sehe gar nichts. Dass hier tote Menschen drin sind, ist gar nicht gut. Ja, weil man halt hier schon der erste Knecht ist. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier am Ende ein Dicker lauert. Ein Dicker Roboter. Ich höre ihn. Hinter der Wand. Hinter der Wand, ja. Okay, die sind zumindest immer One-Shot. Natürlich, Ghetto-Blaster kurz mitgenommen. Taschen sind echt riesig. Er kam mit ein bisschen halb in der Wand, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, das war es aber erstmal mit denen. Hier habe ich ein Ding jetzt. Geil. Was ist das? Ich habe Bock auf Technik. Ich möchte wissen, scheinbar kann ich ja mit meinem Fernglas Dinger erkennen. Ich glaube, ich habe tatsächlich alle Roboter hier demolished. Yay! Kann ich jetzt wieder raus? Sieht so aus. Jetzt bin ich die Häuser, die für die Zivilverteidigung verantwortlich sind. Kann ich einfach rausrennen jetzt? Bestimmt. Okay, schneller raus als rein auf jeden Fall. Definitiv. Das kam mir viel länger vor. Ich muss nur gucken, dass ich dabei nicht einfach weggehauen werde. Weil ich glaube, wenn ich einen attackiere, hast du das komplett. Irgendwie sieht es ja nicht so aus, als wären hier Roboter unterwegs. Keine Ahnung. Cool Spiel, danke. Aber ich bezweifle, dass hier einfach Waffen vom Fliegen. Keine Ahnung. Ne, sieht eigentlich nicht so aus. Wobei... Ah. Ist das dasselbe Ziel für ein Raw, oder kann ich das einfach... Ah, wild. Okay. Ist das nicht dasselbe. Das ist... Also... Pff. Okay. Ja, wie man will, ne? Anhören. Just stop. This is Anissa. Where are you? The IPA has been gone for minutes. I'm trying to get a hold of Peter to see if the army has contacted him. But I have the evacuation plan at my house. So call me as soon as you hear this. Ja, Peter. Bitte Peter, call sie. Cool, man. Nächstes Haus. Dachte ich's mir. Da gamen wieder so Pisser rum. Die haben andere Farben auch. Können die irgendwas? Lass ich mich frage, wenn ich erwischt werde und nicht ins Haus renne. Heilige Scheiße. Was ist das denn für ein riesen Ding? Ich glaub, ich glaub, die geht's einfach auch ingame. Ich hab mir was. Ich möchte nicht wissen, was das hier ist. Am besten, wir finden's aber nie heraus. Und dann ist easy. Papier. Schlüssel für Waffenbereitss Lager mitbringen. An der Hagen. An der Hage. 14 Uhr. Ja. Nicht vergessen, Z abgebrochen. Nicht vergessen, Z abgebrochen. Natürlich. Natürlich nicht. Das war sehr dumm von mir. Er hat's vergessen, immerhin. Da rennt doch ein scheiß Mac rum draußen. Oder? Oh. Ich hab eine Waffe auf jeden Fall gefunden. Ganz, ganz viel Zeug. Automatgefähr. Muss ich irgendwie zum letzten Haus kommen. Hier liegen noch ein paar Viecher rum, aber ich will die nicht looten, weil ich hab einfach Angst, dass ich erwischt werde. Ah, ich muss, ich brauch die Fähigkeit. Bro. Bro, der Sound. Und. Okay, gucken wir direkt nochmal. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich kann mir das nicht... Nee, Digga, bitte nicht. Soll ich hier noch auf Steps aufpassen oder alles, ne? Ja, Gammel da jetzt draußen rum, ja geil, bro. Oh. Na, Moment. Irgendwann wird mal was hinter der Tür sein, bestimmt. Okay. Ne fucking Map. Ah, gehört das stimmt. Zettel an, äh... Okay, interessant. War ich jetzt schon im Bunker? Ist zwar, war ich hier? Hier war ich doch in einem Bunker. Zwei sichern zum Sportplatz. Warum muss ich zum Sportplatz? Und es scheint, als würden alle Leute in Assault haben gehen. Ich glaub, es hackt. Hey. Ziemlich verarschend, Spiel. Gibt's hier einen anderen Ausgang? Kann ich das Fenster einschlagen? Oh mein Gott, wie soll ich denn... Okay, wir testen jetzt einfach mal was. Und ich hoffe einfach, das funktioniert. Ich bin mir relativ sicher, dass es... ...nicht funktioniert hat. Bin ich mir ganz sicher. Wie komm ich hier raus? Puh. Was macht er hier drin? Wie zur Hölle kommen die mal... ...in Häuser rein? What the fuck? Ist er jetzt unter der Treppe? Nein, er ist im Haus. Aber er scannt mich durch die Wand. Ich kann mich legit daran erinnern... ...wie ich mich gefragt hab... ...wann mich irgendwann mal einer im Haus anspringen wird. Oh, nachladen. Oh, Bro, Bro. Bro. War's das dann auch? Waren es die beiden? Nein. Okay. Ah, das mit dem ganzen Stealth-Shit... ...ähm... Oh, shit. Scheint... ...doch nicht mehr so... ...ähm... Was ist eigentlich mit diesem Spiel los? Du hässlicher, komm jetzt her. Der war schnell weg. Hä? Mein Gott. Ich schließe die verdammte Tür. Wieso sehen die in meinem Haus? Alter. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum sind wir... ...andauernd... Wäre das auch mal weniger? Oder... Wie sieht's aus? Ich sammle die hier. Wollt ihr mich verarschen? Das Spiel kann nicht real sein. Das kann nicht for real sein. Das kann nicht for real sein. Hä? Das ist der Nächste. Hört auf, ihn mir zu spawnen. Ist hier wieder zwei, oder? Mein Gott. Ey, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was wollen die eigentlich von mir? Ich verstehe es nicht. Die spawnen in meinem Haus. Bitte scannt mich einfach nicht. Warum? Warum? Meine Güte. Das ist ein neuer. Hör auf, Spiel. 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 Chillt dann bei euer Leben. Warum? Warum? Chillic. Es gefällt mir echt nicht, was hier passiert. Vor allem, ich weiß nicht mal, von wo ich abgeschossen werde. Hängt mit dir? Leute. Ich, ich sag dazu gar nichts mehr. Also, also das, also, what the fuck? Ähm, ich brauch glaub ich mehr Ausdauer. Oder so. Ey, das war viel zu stressig. Wieso sind denn durchgehend... Durchgehend waren, waren Roboter bei mir. Ich mein so, ich hätt so Stuff farmen können, aber... Bro. Ich hab immer noch Waffen, eins von drei. Und ich werd jetzt grad gehen. Die Frage ist nur... Was ist der Sportplatz? Oh mein Gott. Was ist hinter mir? Okay. Ich finde am Sportplatz... Saltwagen. Ja, wie Fußball. Okay, ähm... Jetzt, wo ich hier im Sportplatz bin, denke ich, mach ich ja auch mal eine Pause. Ich spiele seit fast zwei Stunden jetzt. Mann, das ist echt... Es ist wirklich ein nice Spiel. Maybe, ähm... Maybe werde ich dazu noch ein Video machen. Ähm... Vielleicht... Nicht alleine, aber da... Da muss ich erstmal schauen, ob ich irgendwen überredet bekomme. Das Spiel mit mir zu spielen. Ne Brille. Ne Brille. Ich bring mir gar nichts außer Style. Nein, aber... Vielleicht werde ich irgendwen überreden können... Den... Shit mit mir zu spielen, weil es ist echt... Nice eigentlich. Bestimmt kann man auch irgendwie... Irgendeinen anderen Stuff machen... Als diese... Diesen Standard... Diese Standardmission. Aber mal schauen. Dann sehen wir uns beim nächsten... Nächste Video. Ciao. Ich habe aber noch Bock, mir den Wohnwagen zu snaggen.